Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben hier unseren Selbstkostenpreis für Sie. Wir verdienen an dieser Sendung nämlich gar nichts. Das ist einfach mal ein Dankeschön, weil Sie hier immer ganz fleißig Pöll TV schauen. Und ich würde sagen, Ingo, wir starten auch schon mal direkt, weil wir hatten es ja auch eben gerade schon laufen. Das macht schon guten Sound. Macht einfach guten Sound und vor allem Spaß. Schauen Sie mal, diese ganzen Medien kann ich hier abspielen. Ich kann Bluetooth spielen, ich kann Schallplatten, Kassetten und Memory Sticks oder SD-Karten abspielen. Das Ganze in diesem schicken Design, ich habe sie hier mal hingestellt. Das heißt, wir können jetzt hier Medien, alte Medien und neue Medien spielen. Ich stecke jetzt mal hier ganz einfach mal den Stick rein. Das Lied habe ich dir gestern mal vorgestellt. Das wunderte mich, dass du das gar nicht kennst. Aber es ist so eine tolle Sache, wenn man eben Musik mal zusammenhört. Da kann man sich hier richtig begeistern mit. Das ist cool, ne? Wie die klingt. Richtig gut. Ich bin sehr überzeugt von dem Sound und auch der Song. Das ist mit meinem Lieblingssong jetzt geworden. Den hast du mir gestern gezeigt. Du hast es heute den ganzen Morgen auf der Fahrt ins Studio gehört. Das macht wirklich einfach Spaß. Allein, dass man hier jetzt einen USB-Stick dran stecken kann. Und schon spielen sie einfach davon ihre Lieblingssongs ab. Finde ich schon mal richtig klasse. Ja, das Coole ist, du kannst auch Kassetten abschneiden. Wir haben hier auf der Seite ein Kassettenfach. Hast du noch Kassetten? Ich habe auch noch welche. Meistens so Hörspiele. Es war ja früher, war das ja gang und gäbe hier so Kassetten für Kinder zu haben. Oder man hat auch früher Mixtapes gemacht. Ich habe auch noch einen Karton bei mir. Irgendwo im Dachboden. Die kann man jetzt wieder hören. Man kann die sogar digitalisieren. Schauen Sie mal, hier ist nämlich ein Rekordknopf. Dann wird das alles ins 21. Jahrhundert gebracht hier. Dann können Sie Kassetten im Auto hören wieder. Oder auch Schallplatten. Da ist ein ganz hervorragender Schallplattenspieler dabei. Wusstest du, dass jetzt wieder mehr und mehr Schallplattenpresswerke gebaut werden? Es ist unglaublich populär, wieder Schallplatten zu hören. Ich habe hier jetzt mal eine ganz aktuelle Peters Pop Show von 1983, glaube ich. Da wollen wir jetzt mal eben reinhören, dass ich Ihnen mal eben auch die Schallplatte hier zeige. Ganz, ganz elegant ist das gemacht. Der spielt übrigens alle Geschwindigkeiten ab. Also 33, 45 und 78. Dieses Lied hatten wir auch schon mal hier in der Sendung. Das hat dir auch gut gefallen. Dann nehmen Sie ganz einfach den Schallplattenspieler, stellen hier oben auf Phono. Und jetzt kann ich hier nämlich ganz einfach richtig schön mal wieder alte Schallplatten hören. Ich lasse den Arm mal runter hier. Allein schon das Knistern ist schon der Hammer, ne? Auf jeden Fall. Das richtiges Retrofeeling. Das richtiges Retrofeeling. Der kann wirklich alles abspielen hier. Jetzt müsste es langsam mal losgehen. Da kommt's. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Oh ja. Das klingt echt sehr gut. Ich bin begeistert von dem Sound. Wahnsinn. Meint man gar nicht, ne? In so einer kleinen Anlage. Die Boxen sind übrigens eingebaut. Und haben eine ganz ordentliche Leistung. Sie können aber auch noch externe Boxen natürlich anschließen. Oder hier ein Kopfhörer. Radio ist auch drin mit 20 Senderspeichern. Und man kann diese Sachen dann auch eben digitalisieren. Das finde ich so toll. Du musst nur hier Rekord drücken und kannst dann diese alten Medien ins 21. Jahrhundert bringen. Kannst du Schallplatten im Auto hören. Ja. Das ist super, ne? Finde ich wirklich richtig klasse. Bestimmt haben Sie auch noch Schallplatten zu Hause. Vielleicht im Keller, auf dem Dachboden. Da werden die ja auch nicht besser, weil mit der Zeit hinterlässt die Zeit einfach ihre Spuren. Also am besten alle rauszuholen, den Schallplattenspieler jetzt direkt bestellen. Hier zum TV-Sonderpreis. Und dann einfach mal alles digitalisieren. Und dann mit ins Auto nehmen. Vielleicht jetzt auch, wenn Sie in den Urlaub fahren. Da fährt man ja auch gern mal länger. Dann einfach mal Ihre Lieblingsmusik mitnehmen. Und sich dann im Auto vielleicht auch mal anhören. Oder einfach hier mit unserem Schallplattenspieler. Also es ist wirklich richtig praktisch. Ja, und das haben wir heute wirklich zum Selbstkostenpreis für Sie. Unser Dankeschön an Sie. Musik mag jeder. Greifen Sie hier zu. Den Preis kriegen Sie so schnell nicht wieder. Wir schauen mal auf Vögel.de, was Sie da heute sparen. Und dort sehen wir, wir sind bei knapp 84 Euro. Also sparen Sie hier, wie gesagt, ordentlich. Denn unser TV-Sonderpreis liegt nur bei 59,99 Euro. Das ist hier eben ein Geschenk für Sie. Wie gesagt, wir verdienen an dieser Sendung gar nichts. Das ist unser Selbstkostenpreis für Sie. Also am besten hier unseren 4-in-1-Plattenspieler direkt bestellen. Die Bestellnummer hierfür ist die ZX-1762 und die 569. Vielleicht jetzt auch mal, wenn man im Sommer so Grillfest veranstaltet und dann hier einfach die Schallplatten raus holt oder auch die Kassetten. Kassetten, Schallplatten, MP3s, sogar mit dem Bluetooth kannst du es koppeln. Das ist also von gigant modernen Medien, Podcasts oder viele haben ja diese Musik-Streaming-Dienste. Da kriegst du ja die ganze Welt der Musik auf einmal. Und da kann man hier das mal eben nicht aus einer klapprigen Bluetooth-Box hören, sondern aus einer richtigen Stereo-Anlage. Die sieht ja auch super schick aus hier in diesem Holzdesign. Die Bedienung ist kinderleicht. Ich hatte Ihnen erzählt davon, dass man das digitalisieren kann. Da kriegen Sie dann auch noch Software dazu, wenn Sie wollen, die dann eben bei Schallplatten das Knistern raus macht. Ich finde das ja toll mit dem Knistern. Ich würde alles drin lassen, ganz normal. Aber die Software kriegen Sie auch noch dazu. Die alleine ist schon 40, 50 Euro wert. Hier alles zusammen heute für 59,99 Euro. Unser normaler Preis ist schon der Hammer. Und jetzt nochmal 24 Euro runter für Sie. Aber der Preis gilt nur jetzt, wenn Sie die Anlage haben wollen. Und Sie sollten sich die holen. Das macht einfach Spaß. Dann sollten Sie jetzt anrufen und sich diesen Sommer-Sale-Spezial-TV-Preis holen hier. Der kommt so schnell nicht wieder. Ich habe die noch nie zu dem Preis gesehen. Ich habe die schon ein paar Mal vorgestellt. Ich bin ein großer Fan davon. Auf jeden Fall. Und Sie werden bestimmt auch begeistert sein. Da bin ich mir sicher. Deshalb am besten jetzt direkt zum Hörer greifen. Lassen Sie sich hier diesem Breaking-Deal Ihre Chance nicht entgehen. Ich nenne Ihnen gerne auch nochmal die Bestellnummer. Das ist die ZX 1762 und die 569. Und vielleicht ist das auch mal für diesen Preis eine super Geschenk-Idee. Einfach an eine Person, wo man weiß, die hat noch ganz viele Schallplatten zu Hause. Bei meiner Oma wüsste ich das nämlich. Ja, du kriegst ja heute. Also wenn du heute einen Schallplattenspieler kaufen willst, musst du ja schon allein für den Schallplattenspieler 100, 150 Euro ausgeben. Und dann musst du noch einen Verstärker dazu holen. Hier ist alles zusammen. Und nochmal, man kann es sogar digitalisieren und hier in die aktuelle Zeit bringen. Wir gehen nochmal zurück zu deinem Lieblingslied von heute Morgen, was sich von Göttingen hierher gebracht hat. Ich habe damit gestern Sport gemacht. Sport hast du auch noch gemacht. Sehen Sie, die Anlage hilft Ihnen sogar fit zu bleiben und fit zu werden. So viele Vorteile. Ich finde, die sieht auch sehr, sehr schick aus hier bei uns so auf dem Kallax. So könnte das bei Ihnen auch zu Hause aussehen. Die macht richtig was her. Eine ganz tolle Anlage. Ja, auch optisch müssen wir auch mal drüber reden. Natürlich sieht wunderschön aus, ist aber auch nicht zu groß. Also vielleicht einfach mal aufs TV-Bord stellen oder einfach im Wohnzimmer, vielleicht auf Ihre Kommode oder vielleicht auch mal mit ins Büro nehmen. Ein Schlafzimmer hat ja überall Platz und dann können Sie einfach hier Ihre Lieblingsmusik abspielen. Und das hier, wie gesagt, in unterschiedlichen Formen. Auch Kassetten hat man ja vielleicht auch noch zu Hause. Die kann man ja sonst gar nicht mehr abspielen. Aber hier ist eben alles möglich mit unserem 4 in 1 Plattenspieler. Deshalb am besten jetzt hier direkt zugreifen für nur 59,99 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Lassen Sie sich diese Chance wirklich nicht entgehen. Das ist der Wahnsinn. Ja, eine ganz tolle Anlage, die alles abspielt. Mit alten und neuen Medien. Damit sind Sie vorbereitet auf alles und können, egal woher, Musik mal richtig in guter Qualität wiederhören und vor allem Spaß haben. Ich meine, du machst das gerne beim Sport, beim Autofahren. Das ist so schön, Musik zu hören. Wenn man Hausarbeit macht, morgens in der Küche, der ist ja wirklich auch, sag ich mal, kompakt genug, dass man den vielleicht sogar in die Küche stellen könnte. Damit können Sie wirklich so viele Arten von Musik wieder genießen, die Sie vielleicht auch schon lange nicht mehr gehört haben. Wir haben bei uns in der Kellerbar, habe ich auch einen Schallplattenspieler. Wir haben uns da mal vor ein paar Wochen mit unseren Nachbarn zusammengesetzt. Wollten mal so eine Stunde lang so alte Schallplatten hören. Wir haben um acht angefangen, ich glaube, nachts um drei aufgehört. Wurde länger als eine Stunde, ne? Deutlich länger. Ja, das glaube ich. Es macht ja auch einfach Spaß, wenn man dann wieder die alten Songs rausholt und die dann einfach jetzt auch vielleicht zu digitalisieren, dass man die einfach dann mitnehmen kann auf dem USB-Stick oder so. Das ist ja wunderbar, wirklich. Also ich bin super begeistert. Sie bestimmt auch. Deshalb am besten direkt hier bestellen zum TV-Sonderpreis mit der ZX1762 und der 569. Sieht auch noch richtig gut von der Optik aus. Also ich finde, da muss man einfach jetzt zugreifen. Ja, es ist ein TV-Sonderpreis, der noch nie da war. Da müssen Sie jetzt zuschlagen. Ich sage nochmal, Selbstkostenpreis für Sie. Da kommt kein Pearl.de, kein Katalog, keine Internetseite mit hier. Diese Anlage kriegen Sie heute und nur heute für diesen absoluten Hammerpreis von 59,99 Euro. Da sollten Sie jetzt zuschlagen und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei der Musik aus Ihrer Jugend, aus Ihrer jetzigen Zeit. Sie können damit wirklich alles abspielen. Und es ist...